Shake it down! Und am besten fangen wir jetzt gleich mal mit dem ersten Outfit Glitch an und da kam der Glitch Freaks auf mich zu, der hat jetzt übrigens die 500 Abomarke geknackt, herzlichen Glückwunsch erstmal von mir an dich. Der Link zu seinem Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken, der macht auch so Glitch Videos und so, ist auf jeden Fall ein netter Kerl, könnt ihr auf jeden Fall mal ein Abo dalassen. So, und was ihr jetzt als erstes machen müsst, ihr geht jetzt erstmal in einen Klamottenladen, geht dann auf Oberteile und zieht euch irgend so einen Bademantel an. Ich hab mich jetzt einfach mal für den Roten entschieden, weil er mir halt persönlich am besten gefällt. Euer CEO lädt euch jetzt zur Organisation ein, aber die Einladung dürft ihr noch nicht einnehmen. Er muss jetzt erstmal den Stil von den Klamotten auf Präsident ändern. Und sobald er das gemacht hat, dann nehmt ihr die Einladung zur Organisation an und seht dann automatisch, dass ihr auch das Outfit wechselt. Danach geht euer CEO her und wechselt die Outfits wieder auf normal und geht dann einmal nochmal nach links und einmal nach rechts und wie ihr seht, dass er normal ist und ihr habt immer noch die CEO Klamotten an. Danach geht ihr auf eure Handschuhe und ändert die einmal nach links. Danach geht euer CEO anschließend zweimal nach links, zweimal nach rechts und wie ihr seht, kommt ihr wieder zurück ins Menü, geht wieder zurück auf Handschuhe und ändert sie wieder einmal nach links. Und wie ihr seht, unsichtbare Arme, was ich richtig geil finde. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber ich mach's jetzt nochmal aus der anderen Sicht und erklär das euch nochmal kurz. So und jetzt nochmal kurz die Sicht aus dem CEO und zwar sobald euer Kumpel den Bademantel anhat, geht ihr einfach nur auf Einladen, also ihr lädt euren Kumpel in die Organisation mit ein, geht danach auf Verwaltungsstil und ändert euer Outfit auf Präsident. Sobald ihr das habt, nehmt euer Kumpel die Einladung an, danach geht ihr wieder zurück auf Keine Outfits, geht dann noch einmal nach links und einmal wieder nach rechts. Und dann geht euer Kumpel in das Interaktionsmenü und ändert die Handschuhe einmal nach links. Danach geht ihr im Interaktionsmenü einmal mit Kreis zurück und wieder auf Stil und ändert zweimal nach links und zweimal nach rechts das Outfit. Euer Kumpel geht dann wieder auf Accessoires und ändert die Handschuhe wieder einmal nach links und wie ihr seht, unsichtbare Arme mit dem Bademantel. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, funktioniert das natürlich auch mit mehreren Outfits, ihr könnt da auf jeden Fall noch einiges ausprobieren oder andere Outfits auch noch wählen und vom Prinzip her ist es halt immer das gleiche. So, das war's auf jeden Fall jetzt mal mit diesem Outfit Glitch, kommen wir zum nächsten. So, für diesen Outfit Glitch, da braucht ihr eine Yacht und müsst euch als CEO registrieren und ändert mal das Outfit von dem CEO zum Kriegsherr. So, danach geht ihr in den Pool von der Yacht rein und dann seht ihr schon, dass ihr automatisch die Badehose anzieht und dann müsst ihr nur einmal ganz kurz das Outfit wechseln und geht wieder zurück auf Kriegsherr, damit ihr es angezogen habt. So, dann könnt ihr auch automatisch schon wieder als CEO zurücktreten und dann legt ihr ein paar Haftpompen hier an die Treppe hin, damit ihr, sobald ihr sie zündet, aus dem Pool herausfliegt, dass ihr nicht im Pool drin bleibt. Danach stellt ihr euch so hin, geht wieder in das Interaktionsmenü und startet wieder die CEO-Organisation. Sobald ihr diesen Bildschirm habt, müsst ihr die Haftbombe zünden und gleichzeitig euch als CEO wieder registrieren. Wenn alles geklappt hat, spawnt ihr wieder als CEO und habt hier dieses Outfit an. Anschließend geht ihr dann in irgendein Bekleidungsgeschäft oder in den Kleiderschrank von eurem Apartment oder wie in meinem Fall, geht einfach in die Yacht rein, wenn es eure eigene ist und geht dort mal zum Klamattenschrank und ändert mal die Schuhe. Und wie ihr seht, werden die Schuhe angezeigt, aber die Knöchel werden dann unsichtbar. Und je nachdem, was ihr für Schuhe anhabt, packt es halt ein bisschen rum und könnt halt da irgendwas Lustiges oder worauf ihr halt gerade Bock habt, da ein bisschen verstellen und euch das auch so anziehen. Wenn ihr das Ganze dann auch noch speichern möchtet, dann müsst ihr jetzt genauso stehen bleiben, wie ich das jetzt gerade mache. Als CEO zurücktreten und sofort das Steuerkreuz nach rechts drücken, um wieder in euren Klamottenschrank reinzukommen und dann könnt ihr das Outfit auch schon abspeichern. Und jetzt zeige ich euch was, was die meisten bestimmt noch nicht kannten. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr mit sowas ähnlichem wie einem Boot auf dem Wasser fahren könnt und damit auch schießen könnt. Und zwar ihr müsst, oder ich würde euch empfehlen, das dort hier zu machen am Helipad. Also ich blende das jetzt hier gerade mal ein, wo das sich befindet und zwar ihr braucht nämlich genau diesen Helikopter. Weil dieser Helikopter, der hat nämlich die lustige Eigenart, dass der nicht untergeht, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Das hat so was ein bisschen mit, ja, Fingerspitzengefühl zu tun. Und zwar ihr fliegt jetzt erstmal mit dem Helikopter und fliegt mal ganz knapp über dem Wasser, bis ihr dann irgendwann merkt, der Helikopter geht jetzt auch nicht mehr unter, sondern der hält sich so. Und dann müsst ihr eigentlich gar nicht mehr irgendwie nach oben oder nach unten drücken, sondern der hält sich so im Wasser, auf dem Wasser, je nachdem wie tief ihr da seid. Und damit könnt ihr eigentlich, ja, wie so ein Boot fahren. So, sobald er ein bisschen das Wasser berührt hat, reicht es schon und dann bleibt er einfach auf dieser Position. Sobald die Reifen im Wasser sind, reicht es schon. Und dann könnt ihr eigentlich wie ganz normal wie mit einem Boot fahren, also indem ihr einfach mit dem linken Stick nach vorne drückt, fährt er nach vorne und, ja, könnt auch dabei schießen. Also er geht auch nicht unter währenddessen, was ich extrem geil finde und extrem lustig, weil sowas gab es bis jetzt eigentlich auch noch nicht. Ein Boot, wo er ein GTA schießen kann und jetzt habt ihr sowas. Und wie ihr seht, so langsam ist das Ganze gar nicht. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, er kommt relativ schnell ins Schwanken, wenn ihr nach vorne drückt und dabei auch noch schießt. Aber damit kann man eigentlich so komplett durch Los Santos auf dem Wasser fahren, was ich extrem geil finde. So, und mit diesem kleinen Trick, wo die meisten wahrscheinlich schon kennen werden, aber die einen oder anderen vielleicht nicht, gerade speziell jetzt für morgen für das Biker DLC, wo jetzt kommt, gibt es nämlich eine Möglichkeit, wie ihr nämlich eure Fahrzeuge tunen könnt. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, welche Lackierungen, weil manche Lackierungen sind extrem teuer, gerade bei Bennys Garage mit den ganzen Lowriders, dann habe ich einen kleinen Trick für euch, wie ihr euer Auto mal tunen könnt. Und wenn es euch da nicht gefällt, könnt ihr einfach mit einem ganz einfachen Trick das Auto wieder zurücksetzen, ohne dabei Geld auszugeben. So, als allererstes fahre ich mal in Los Santos, äh, Bennys Motors Works rein und tue mal das Auto ein bisschen tunen. So, und dann weiß ich jetzt noch nicht, welche Farbe, mit welchem Design mir gefällt und deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus, bis ich dann irgendwas Passendes habe, wo mir es zusagt. Aber, weil es wahrscheinlich mehrere Versuche braucht, weil ich ja jedes Design mal angucken möchte und schauen möchte, welche Farbe dazu passt, probiere ich da halt ein bisschen rum und es kostet ja jedes Mal echt einen Haufen Geld. Also, da kann man beim Probieren ruhig mal 100.000 bis 200.000 Dollar ausgeben und das ist ja echt schade, weil es ein Haufen Geld ist. Deswegen, mit diesem kleinen Trick könnt ihr euer Auto mal so gestalten, wie ihr denkt, wie ihr es für richtig haltet. Und wenn es euch dann am Schluss, ja, gefallen hat, müsst ihr euch das halt merken. Ihr könnt auch ruhig, wirklich verschwenderisch umgehen mit dem ganzen Geld, weil sobald ihr es dann habt, merkt ihr euch das. Und danach müsst ihr einfach nur GTA 5 wieder schließen, startet GTA 5 wieder und dann spawnt ihr wieder auf der Karte und das Auto ist nicht getunt. Also, es wird nicht gespeichert, wenn ihr nicht, solange ihr noch im Los Santos Customs drin seid, wird das Ganze nicht gespeichert. Von dem her könnt ihr euch da wirklich einen Haufen Geld sparen, indem ihr einfach mal das Auto tunet, wie ihr es halt haben möchtet. Schließt GTA 5, startet es neu, das Auto ist ungetunt danach und ihr habt keinen Cent ausgegeben und könnt dann nochmal einmal reinfahren und das Auto genau so tunen, wie ihr es für richtig haltet. Ohne da wirklich viel Geld auszugeben beim ganzen Herumprobieren. Und mit diesem kleinen Glitch möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr mit einem komplett ausgebrannten Fahrzeug in Los Santos rumfahren könnt. Dazu braucht ihr einfach nur ein Straßenfahrzeug, fährt das in Los Santos Customs rein und geht unter Sprengstoff und platziert dort eine ferngezündete Bombe. Danach begebt ihr euch zu dem Zeitrennen, das auf der Karte angezeigt wird, startet dieses Zeitrennen und sobald das Zeitrennen dann gestartet ist, öffnet ihr euer Handy, zündet diese Bombe und drückt sofort Dreieck zum Respawn. Wenn dann alles geklappt hat, seid ihr dann außerhalb vom Zeitrennen, habt dann dieses Fahrzeug, dieses ausgebrannte Fahrzeug und könnt damit eigentlich durch ganz Los Santos rumfahren. Sieht auf jeden Fall, ja für einen kurzen Moment richtig geil aus. So und jetzt habe ich noch einen krassen Paintjob für euch am Start, der wirklich übertrieben selten ist, weil viele das einfach noch nicht wissen. Ihr braucht dazu einfach nur einen Lowrider, der auch in Bennys Garage reingeht. Danach geht ihr auf Designs und sucht euch irgendein Design aus, was euch so gefällt. Anschließend geht ihr dann auf Lackierung, Primärfarbe und ändert die Farbe auf Chrom. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann ändert ihr noch eure Crewfarbe oder setzt noch eure Crewfarbe drauf. Das Ganze macht ihr auch noch mit der Sekundarfarbe. Für die Leute, die noch ein bisschen mehr haben möchten, können natürlich noch den Chrom Perleffekt Glitch anwenden. Dann funktioniert das Ganze auch. Plus da hat es bei mir einfach nichts Großartiges geändert, deswegen zeige ich euch das auch nicht. Aber wenn ihr dann zu einer gewissen Uhrzeit, wo die Sonne richtig gut steht und euer Auto dann anschaut, sieht das halt richtig geil aus. Wenn das Design noch so drauf ist, mit der Chromfarbe und der Crewfarbe, was ich richtig geil finde. Weil das haben einfach zu wenige und deswegen gefällt mir dieser Paint Shop mir wirklich extrem gut. So, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir natürlich ein Like da. Ich bin jetzt auf jeden Fall an der Stelle raus, wünsche euch noch einen schönen restlichen Feiertag und wir sehen uns morgen beim Bikers DLC. So Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.